Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 29. Januar 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 774 und ich hoffe bis zum Schluss mit meiner Stimme. Gestern durfte ich ihr ausfallen lassen, weil die Stimme gar nicht mehr da war. Jetzt wieder ein bisschen. Ich schaue mal, wie weit ich komme. Je nachdem ist es halt einfach dann fertig. Ja, heutige Themen. Windows 7, Gesichtserkennung, Last, Updates und Rekorde. Ich beginne gleich mit dem allerersten und ich hatte gehofft, endlich Ruhe zu haben, denn der 14. Januar ist durch. Microsoft liefert keine Updates mehr und kein Support mehr, vor allem für das Windows 7 Betriebssystem. Fehlgeschlagen oder eben auch nicht, wie auch immer. Es gab ein kleines Problemchen mit dem eigenen Wallpaper, das auf gewissen Bildschirmen einfach eine schwarze Fläche angezeigt hat. Und das wollte man so nicht stehen lassen und hat deshalb jetzt ein neues Update hinten nachgeschmissen. Finde ich schade. Ich hätte lieber die schwarze Fläche gelassen und gehofft, dass dann noch mehr Leute schneller in Richtung Windows 10 wechseln. Währenddem die EU über Gesichtserkennung und dem Einsatz von Polizei und Staat und so weiter evaluiert, ob man das verbieten soll oder nicht, geht es in Großbritannien einen grossen Schritt weiter. Denn die tun das jetzt. Genauer gesagt, in London werden gewisse brenzlige Gebiete mit Software, nicht nur mit Kameras, sondern eben auch mit Software, intelligenter überwacht, die Personen, welche auf einer Liste stehen, überwachen und verfolgen können. Genauer gesagt, wollen sie nur das tun und nicht andere Menschen verfolgen damit. Wir dürfen es glauben und hoffen, dass da nicht mehr und weiter geht. Wenn das kostenlos ist, dann bezahlt man meistens mit seinen Daten und so ist es eben auch bei Avast. Das ist ein beliebter Wierenschutz, den man unter Windows einsetzen kann und den man eben eigentlich nicht unbedingt einsetzen sollte. Denn wie jetzt bekannt wurde, schon genau gesagt Ende des Jahres, haben die, oder besser gesagt eine Unterfirma, eine Tochterfirma, von denen Daten verkauft, von wo die Menschen surfen, was sie surfen und so weiter. Und die dann an Google, Microsoft, Pepsi etc. weiterverkauft. Mein Tipp, wer unter Windows, genau gesagt vor allem auch unter Windows 10 unterwegs ist, nutzt die bordeigenen Mittel. Die sind mittlerweile wirklich gut in dem Ganzen. Dann gab es eine grosse Reihe an App-Update. Mit iOS, iPadOS, tvOS, watchOS, macOS, allesamt haben sie ein Update erfahren mit ein paar Bugfixes und ich glaube nicht mal wirklich neuen Features. Braucht sie auch gerade gar nicht. Bugfixes sind hoch im Kurs. Weiter geht es noch mit der letzten Zahl, einer Rekordzahl, die Apple jetzt eingeholt hat. Nämlich in den letzten drei Monaten vom letzten Jahr, Oktober, November und Dezember, hat man wieder mal rekordmässig Gadgets, Abos und alles mögliche an den Mann und an die Frau gebracht. 91,819 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Plus von 8,9 ein gegenüber dem Vorjahresquartal. Und somit ein gelungenes Weihnachtsquartal, würde ich definitiv behaupten. Tolle Zahlen, wer da noch mehr wissen mag, wo das Ganze vor allem herkommt. Aus Apps und aus Abo-Diensten. Logischerweise, der kann es nachlesen auf daily.giktok.ca oder im Podcatcher des Vertrauens, wo ihr gerade den Podcast euch anhört. Da sind die ganzen Zahlen verlinkt. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Morgen wird mich und übermorgen der Achim vertreten. Ich bin unterwegs nach Bologna und werde euch dann in der Geek Talk News Folge von der kommenden Woche ein bisschen darüber zu berichten wissen, was ich da erlebt habe. In diesem Sinne, einen schönen Tag und bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.